So liebe Leute, wir werden heute die nächste Center Job Challenge gegen den lieben Surfen machen. Mein nächster Gegner. Ja, gegen Petrus haben wir ja schon gewonnen. Aber natürlich will ich heute nochmal gewinnen. Ich glaube, ich habe keine Chance gegen dich, wenn ich ja nicht will. Auch wenn du vielleicht keine Chance hast. Aber wir fangen direkt mal mit zwei an. Ich habe mit Petrus mit eins angefangen. Also zwei. Ja, dann können wir jetzt die Männer. Oh, wir sind Männer, das stimmt. Was für welche. So, jetzt gucken wir mal. Einfach rein in den Mund? Ja, natürlich. Einfach rein in den Mund rein. Hm, na gut. Ich kenne die Dinger ja, aber diese Challenge, der will ja nicht rauskommen. Ja, wollen wir auch nicht. Boom. Oh. Merkst du die Chance? Mhm. Oh, das ist das Gefühl. Ist doch lecker. Mhm. Geht richtig in den Hals rein. Aber ich hoffe, es gibt bestimmt noch eins, ne? Geht richtig in den Mund rein. Geht richtig in den Mund rein. Aha. Wenigstens habe ich jetzt meinen Gegner, der genau so mithalten kann, so wie ich. Und er ist doch nett, dass er ihn beim dritten glatt macht. Na ja, geht noch. Oh, jetzt wird es auch eingenehm. Ach so gut, das schaust du doch. Ich glaube, ich muss kosten. Der dritte war so heftig, das glaubst du gar nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Das ist der Schock. Das ist gar nichts. Das ist wirklich... Oh, ne. Ich gebe auf. Lass mal stecken. Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Guck mal. Für dich machst du gar noch einen vierten rein. Ja, du bist der Heck. Ich habe keine Chance. Also... Ich verstehe nicht. Der dritte war... Der war wirklich heftig. Der ist wie explodiert im Mund. Das wird jetzt keiner mal runterkriegen, Leute. Finito. Erstmal habe ich schon vier geschafft. Heute schaffe ich schon vier. Ja. Sechsmal schaffe ich fünf. Wenn ihr Bock habt und morgen mal duett zu machen mit Sendershocks, verlinkt mich und ich mache darauf wieder ein Duett. Deswegen liebe Leute, haut rein. Sendershocksparty ist der Haus. Ciao, ciao.